Herzlich und willkommen in unserem Kochstudio. Heute drehen wir unser Lebensspecial. Und dafür haben wir eine ganz besonders ekelhafte Challenge vorbereitet. Und zwar haben wir 20 Zutaten, von denen jeder 10 ziehen darf und jemanden einen ganz ekelhaften Schokokuk zubereiten darf. Ich bin schon richtig froh da drauf. Es bleibt gar nicht die Möglichkeit, irgendwas Gutes daraus zu machen. Es besteht nicht die Möglichkeit, dass da irgendwas Gutes draus wird. Die Regeln sind, dass jeder 10 Zutaten für sich zieht, die dann der andere für ihn zubereiten darf. Dabei darf auch keine Zutat ausgelassen werden und es darf der komplette Inhalt eines Gefäßes benutzt werden. Zum Beispiel auch das Gurkenwasser oder der Thunfischsaft. Fabian, wollen Sie zum Ziehen herumkommen? Eigentlich nicht so, aber... Mal schauen mal, was ich dir hier eingelassen habe. Oh, Eialikör. Fängt schon mal gut an. Ich habe die Salzherringer. Oh, mehr hätte ich. Oh, das wird eine leckere Soße geben, du Liebstöcke. Knoblauch wird immer besser. Das ist schön, den wollte ich zubereiten. Thunfisch und Eialikörn. Oh, das Mett habe ich auch noch. Ja, perfekt. Ich habe die Sprüße. Oh, die Petersilie, das hast du schon mal nicht. Ja, das ist schon mal schön. Ich habe die Götterspeise. Damit kann ich leben, die mag ich gern. Ja? Nicht in der Verbindung, aber ja. Ich habe das Nutella. Gurken. Das ist auch okay. Ich habe die Pilze. Gott sei Dank, das ist das Einzige, was ich nicht haben wollte. Der Käse, der Schmelzkäse. Ich habe den Harzer Käse. Wir hatten jetzt kurz Überlegzeit und haben uns so ein bisschen was überlegt, was wir machen könnten. Und haben uns auch schon mal die Zutaten aufgemacht. Wie fängst du an? Wie fang ich denn an? Ich werde vielleicht den Harzer Käse einschmelzen mit dem Salzherringen. Und gucken, was dabei rauskommt. Ich nehme jetzt schon den Meerrettich mit dem Marshmallow-Creme. Das wird einen Meerrettich-Marshmallow-Schaum. Also ich nehme, glaube ich, jetzt mal schon mal so eine Essiggurke. Meinst du, die Götterspeise macht sich gut in der Mikrofon? Nein, keine ganze. Ich gehe jetzt schon mal her und krache so eine Essiggurke aus. Ich muss ein bisschen vorbereiten. Mh, ein bisschen Gurke. Oh, das sieht sehr lecker aus. Sag ich mal her. Das sieht ja sehr lecker aus. Mh. Alter, das stinkt auch. Aber möchtest du gerne den Bananenfruchtzwerke? Bananen? Ja. Nehmen wir mal. Der kommt nämlich als erstes mit dem Smet. Ich muss das jetzt immer wieder dickflüssig kriegen, ne? Das heißt, du kommst ein bisschen Nutella rein. Ups. Wie gesagt, mache ich da ein bisschen Inber rein. Auch noch ein klein wenig, so ungefähr. Nur so ein bisschen Inber. Ne, dass das zu viel ist, ne? Rappen. Nur so ein bisschen. Hätte ich jetzt gesagt. Mh, lecker, lecker, lecker. Oh, der Thunfisch, den habe ich ja auch noch. Thunfisch-Juice. So, den hacke ich jetzt ganz fein. Jetzt wird es meins angucken. Wie sollst du ihn dazu? Sieht auch echt ekelhaft aus, muss ich sagen. Also, ich liebe es. Tabasco. Da kann man doch auch nicht jetzt frei. Als nächstes, glaube ich, schmier ich ein bisschen von der Meerwech. Ich schiebe ihn. Da muss viel mehr Käse rein, damit das ein bisschen dickflüssiger wird. Das ist das ganze Problem an der Sache. Darf ich mal das abzureden? Ja, ich bin gerade echt vertieft in die Arbeit, weil das ist auch echt sehr kompliziert. Ich finde, der Fabian hat die leichteren Zutaten, aber die Zutaten, die der Fabian hat, haben alle so eine ganz okay Konsistenz. Die sind alle flüssig. Und die Zutaten, die ich habe, die sind halt echt ekelhaft. Ah, jetzt wird es auch gut. Schon wirklich sehr. Das wird eine kleine Überraschung. Du manschst da schon wieder alles rum, ey. Was? Das ist eine schöne Mettmaus. Ich möchte eigentlich so eine schöne Creme haben. So eine Schokocreme. Passt perfekt zu einem Schokokapstern. So. Dann mache ich jetzt noch so ein Sößchen für den Fabian dazu. Wird immer besser. Guck mal. Jetzt noch so ein kleines Sößchen für den Fabian. Dann mache ich da hier noch ein bisschen Meerrettich rein. Manchmal wird ein bisschen mehr flüssig, aber. Das kommt auch. Das kommt ja mit leckeren Eiernikör rein. So. Den Pilz habe ich ja auch noch. Da habe ich mir jetzt den Löffel fliehen. Das ist ja immer ein Trinkolfisch. Aber ich brauche nur den Saft eigentlich. Erstmal ein bisschen Essigrückensaft. Boah Junge, das wird ja wie eine Suppe, was du machst. Ja, das wird ja wie eine Suppe, was du machst. Ich gehe jetzt nochmal hier unten. Ich nehme jetzt ein paar Senfkörner und so ein Scheißglas. Was ist denn? Essigrückglas? Na komm. Das ist nicht schlimm. eigentlich nur noch mehr was fehlt denn jetzt noch die sahne das brauche ich nur noch zu ich bin jetzt noch ein bisschen creme geschlagen am ende hast du noch so eine schale für mich? die darf ich nehmen ich muss jetzt eine creme draus machen ich rühre jetzt noch mal damit es ein bisschen scharmig wird ein bisschen von den marshmallow creme runter das fülle ich jetzt so ein bisschen in diesen Schokobecher ein oh ja das wird cremig oh ja sieht man das schön wie Creme das kommt jetzt noch mal zum überbacken in die mikrowelle das ist richtig schön überbacken oh sieht gut aus hier ist alles besser Sahne auch nein ich fand das ein bisschen schönig dass es auch so viel kotze aber jetzt ist es halt so sieht auch echt gut aus irgendwie so ein bisschen wie so eine Pilzsuppe aus das riecht doch gar nicht so schlimm ich bin mal gespannt welches wirklich ekelhafter schmeckt ach so genau ich hab's vergessen mein Mikro darf ich mir ein bisschen was von der spulsahne zum dekorieren ausleihen? ja das ist ein Leinerzutat ok da findest du Cappuccino oder so also riechen tut es ok es riecht richtig lecker findest du? ich muss mal kurz testen ob auch noch was fehlt und mal kurz abschmecken wir richten jetzt an ja fang du an ich fang an? ja mit anrichten ok wie nennst du das was das ist? das ist eine ganz leckere Trumpfischcreme auf harzer Käsebasis mit Pilzen und Götterspeise und Nutella und Nutella sieht auf jeden Fall sehr lecker aus hat auch eine geile Konsistenz bekommen das stinkt wie scheiße sieht man das? sieht man das? sieht man das? ja wow ok dann richten wir das ganze jetzt mal an ups von daneben das will gar nicht vom Löffel runter kennst du das wenn du so halb durch was hast? oh ja oh ja da kommt natürlich immer noch ein bisschen Lakritze und ein wenig Pilze mit rein ein bisschen Lakritze und ein bisschen Pilze genau dann filmen wir das ganze jetzt noch auf mit einer leckeren Creme ja das kann ich nicht so sehen so komm da rein oh ja schöne Stückchen Thunfisch jetzt wird das ganze dekoriert mit was ist das? Liebstock ne? Liebstock ja oh ja jetzt richtig lecker aus guck mal das ist ein bisschen erarbeitet guck mal oh ja das sieht ja richtig hübsch aus oder? wo ist die denn schon dran? ja bestimmt gut was hast du denn schon das gemacht? also ich habe hier eine Meerschmello Creme die werde ich unten in meinen Becher einfüllen was ist denn da für ein Stock da drin? der kommt auch noch mit rein das sind noch so Sachen aus dem Gurkenglas die unten drin waren was ist Dill oder wenn du benutzt ne? ja dann kommt eine Käsekrokant Essiggurke rein und das ganze wird garniert mit einem kleinen, ja wie nenne ich das denn? mit Ischel Zwerg eine kleine Überraschung in der Mitte du Scheiße uah das rumgemanschelmei jetzt darf noch ein bisschen von der Soße oben drüber jetzt kleines Fröckchen so ich würde sagen wir machen mal schnick schnack schnuck wer als erstes essen darf ich stelle schon mal einen Eimer zurecht schnick schnack schnuck ok ich darf zuerst du darfst ja aussuchen ob du zuerst möchtest du darfst anfangen natürlich ich suche mal eine wundervolle Kreation ich hoffe nicht schmeckt es dir das riecht doch gar nicht so schlimm ne 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 das sind hinter dran das bleibt auch dran ok ja super komm Knapp wie hat es denn geschmeckt? also ich würde sagen man kannst verknüsen ich würde sagen man kannst verknüsen so für 2 Sekunden ich habe so Angst ich komme rein damit und versuch es zu essen wenn dein Körper anders reagiert das ist okay und wie war es? lecker ja lecker ich habe drauf was zu trinken so wie hat er denn mein Becher geschmeckt die wundervolle Thunfischcreme ja also es war wirklich ich habe es in den Mund genommen und dann hat sich erstmal ein Liebstöckleraroma verbreitet in meinem ganzen Mund und dann hat dieser Becher es hat dann so richtig schön geknackt und dann ist diese Thunfischcreme die war so richtig cremig Thunfisch auf der Gräse so auf meine Zunge und das hat dann automatisch einen Brechreiz ausgelöst eine Geschmacksexplosion ganz tief unten raus genau das ist das was man Geschmacksexplosion wie steht es denn um meinen Becher? ich muss sagen schmeckt besser als das was wir sonst kochen also ich würde sagen du hast die Challenge gewonnen ja und mich würde mal interessieren was ihr mit diesen Zutaten ekelhaftes gekocht hätte schreibt es in die Kommentare und ich hoffe euch hat das Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein Ciao ciao